Mordo! Ruhig! Psst! sagte Kel. Doch der Wolf heulte weiter, drückte die Schnauze in den Spalt zwischen den beiden Scheunentoren und kratzte mit den Pfoten über das Holz. Was siehst du denn da? fragte Aaron. Was ist denn da draußen so interessant? Tamara machte einen Schritt auf den Wolf zu. Vielleicht ist dein Vater zurückgekommen. Kel bekam Herzklopfen. Er lief zu dem Tor, an dem Mordo schnüffelte und zog es auf. Kalte Luft drang in die Scheune. Mordo raste an ihm vorbei in die stille Nacht. Der Mond stand als silberne Sichel am Himmel. Nur mit zusammengekniffenen Augen konnte Kel sehen, dass ein Wolf über das niedergetretene Gras zum Rand des Schrottplatzes stürmte. In der Dunkelheit sah er unnatürlich und bucklig aus. Was ist das? flüsterte Jasper ängstlich und zeigte mit dem Finger. Aaron trat vor. Jetzt standen alle bei Kel vor dem offenen Scheunentor. Kel konnte erst nicht erkennen, was Jasper meinte. Doch als er sich konzentrierte, fiel ihm etwas auf, das gerade seitlich um ein Auto bog. Tamara schrie leise auf. Das Ding richtete sich auf und schien vor ihren Augen sekündlich in alle Richtungen zu wachsen. Ein Ungeheuer aus poliertem Metall, im Mondlicht glänzend, dunkel und irgendwie nass, als wäre die Oberfläche geölt worden. Die Augen bestanden aus zwei mächtigen Scheinwerfern, die die Dunkelheit beleuchteten. Als Kel das Maul sah, fielen ihm beinahe die Augen aus dem Kopf. Der breite Kiefer schwenkte in den Angeln hin und her und enthüllte mehrere Reihen heischarfer Metallzähne. Dann biss das Monster in die Motorhaube eines alten Citroën. Das Auto knirschte abscheulich, als die Kreatur den Kopf in den Nacken legte und es verschlang. Der Metallkörper beulte sich aus, als der Wagen in dem massigen Maul verschwand. Kurz darauf war von dem Auto nichts mehr zu sehen, doch das Wesen war noch riesiger als zuvor. Ein Elementarier, sagte Tamara nervös. Metall, er zieht seine Kraft aus den Autos und dem Schrott. Wir müssen abhauen, bevor er uns bemerkt, sagte Jasper. Feigling, höhnte Kel. Ein Elementarier läuft frei herum. Ist es nicht unsere Aufgabe, etwas dagegen zu unternehmen? Jasper straffte die Schultern und schaute ihn böse an. Wir haben mit dem Ding absolut nichts zu schaffen. Wir haben in der Tat die Aufgabe, Menschen zu beschützen. Aber ich denke nicht daran, zu sterben, um den Schrott deines Vaters zu verteidigen. Ohne die Autos wäre er sowieso besser dran, falls er nicht hingerichtet wird, weil er mit dem Feind im Bunde ist. Und falls, ist schwer untertrieben. Also, nichts wie weg hier. Sei still, sagte Aaron. Halt einfach das Maul. Als er den Arm hob, glänzte sein Metallarmband. Eine Art Schatten kräuselte sich aus seiner offenen Hand und verbarg sie halb. Stopp! Tamara packte Aarons Handgelenk. Du hast noch gar nicht gelernt, die leere gekonnt einzusetzen. Und dieser Elementarier ist zu groß. Überleg doch mal, was für ein riesiges Loch du reißen müsstest, um ihn darin zu versenken. Aaron sah sie wütend an. Tamara! Äh, Leute, unterbrach Jasper die beiden Zanghähne. Ich verstehe schon, dass ihr euch streitet, aber ich fürchte, es hat uns gerade bemerkt. Er hatte recht. Die Scheinwerferaugen funkelten in ihre Richtung. Tamara ließ Aaron los, als das Ding sich in Bewegung setzte. Dann drehte sie sich schnell zu Kel um, der damit nicht gerechnet hatte. Was sollen wir jetzt machen? fragte sie. Kel war so sprachlos, dass sie ausgerechnet ihn um Rat fragte, dass ihm keine Antwort einfiel. Doch das machte nichts, denn Aaron redete bereits umso mehr. Wir müssen zu Mrs. Tisdale und sie beschützen. Wenn das Ding zufällig hier vorbeigekommen ist, frisst es vielleicht nur ein paar Autos und zieht friedlich weiter. Andernfalls müssen wir bereit sein. Metall-Elementarier kommen nicht oft vor, sagte Jasper. Viel weiß ich nicht über sie, außer dass sie etwas gegen Feuer haben. Wenn er uns angreift, ziehe ich eine Feuerwand hoch. Das kann ich auch, fauchte Tamara. Ist doch egal, wer das macht, rief Aaron genervt. Jetzt kommt endlich! Als sie auf das Bauernhaus zuliefen, hinkte Kel ein wenig hinterher. Das lag nicht nur an seinem Bein, sondern auch an Mordo, den er nirgends entdeckte. Am liebsten hätte er laut nach ihm gerufen und sich versichert, dass es seinem Wolf gut ging, aber er wollte den Elementarier auch nicht auf sich aufmerksam machen. Zumal er wahrscheinlich nicht schnell genug weglaufen konnte, wenn er auf ihn losging. Tamara, Aaron und Jasper hatten ihn schon locker überholt. Das Ungeheuer lief immer weiter und wenn es nicht gerade von Autos verdeckt wurde, war es verstörend gut zu sehen. Es bewegte sich nicht gerade schnell, mehr wie eine Katze, die um ihre Beute herumschleicht. So kam es gemächlich auf sie zu und wuchs mit jedem Metallbissen in die Höhe. Je näher Kel Mrs. Tisdales Haus kam, umso klarer wurde, dass etwas nicht stimmte. Es war heller leuchtet und das Licht drang nicht nur aus den Fenstern, sondern aus der gesamten Fassade. Die Tür und ein Teil des Mauerwerks waren verschwunden. In der klaffenden Lücke hingen Balken und Drähte nach unten. Aaron war als Erste auf der Treppe. »Mrs. Tisdale«, rief er. »Alles in Ordnung, Mrs. Tisdale?« Kel folgte ihm. Die Möbel waren umgekippt, ein Beistelltisch lag zerbrochen am Boden. Ein kleines Sofa brannte, aus einer verkokelten Ecke schlugen Flammen. Mrs. Tisdale lag auf dem Boden, eine Wunde klaffte in ihrer Brust. Blut tränkte den Teppich. Kel starrte sie entsetzt an. Ihr Blut war mit glänzenden Metallteilchen vermischt. Aaron sank auf die Knie. »Mrs. Tisdale«, ihre Augen standen offen, doch sie konnte niemanden direkt ansehen. »Kinder«, sagte sie mit einer scheußlich verzerrten, leisen Stimme. »Kinder, sie sind hinter euch her.« Kel erinnerte sich an seine Grundkenntnisse in Heilmagie. Er hatte zugesehen, wie Alex damals Drews gebrochenen Knöchel geheilt hatte, indem er hilfreiche, heilende Kräfte aus der Erde rief. Er ging neben Aaron in die Hocke und versuchte, so gut es ging, etwas aus der Erde herauf zu beschwören. Wenn er Mrs. Tisdale gesund machen konnte, war seine Magie vielleicht zu mehr zu gebrauchen, als Alistair dachte. Vielleicht war dann ja auch er zu mehr zu gebrauchen, als Alistair dachte. Vielleicht war er gut. Kel legte seine Finger sanft über das Schlüsselbein der alten Frau und lenkte Energie hinein. Er versuchte, die Energie zu fühlen, wie sie aus dem Boden aufstieg, und sah sich selbst als leitende Verbindung. Doch Mrs. Tisdale schob seine Hand fort. Dafür ist es zu spät, wisperte sie. Aber ihr könnt noch entkommen. Schnell, lauft weg. Kel, ich war an dem Abend bei euch, als du dachtest, Mordo wäre weggelaufen. Ich habe ihn angekettet. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Kel wich erschrocken zurück. Wovon redet sie da? fragte Tamara. Was meinen Sie damit, Mrs. Tisdale? Das ist nur ein Elementarier, sagte Aaron. Mit dem werden wir fertig. Wir können ihnen helfen. Mit wildem Blick sah er Tamara und Jasper an. Vielleicht sollten wir das Magisterium um Hilfe rufen. Nein, keuchte die alte Frau, wisst ihr denn nicht, wer das Ungeheuer ist? Sein Name ist Automotones, ein uraltes, grausames Monster. Es wurde vor Hunderten von Jahren von den Magiern des Magisteriums gefangen genommen. Ihr Mundwinkel war in voll Blut. Sie holte stockend Luft. Wenn er jetzt hier ist, dann weil diese, diese Magier ihn freigelassen und auf euch gehetzt haben, um euch zu töten. Erschauernd erinnerte Kel sich an Master Rufus' Lektion über die Elementarier, die unter dem Magisterium in Gefangenschaft gehalten wurden. Wie schrecklich sie waren und dass sie alles aus dem Weg räumten. Sie meinen, Sie wollen Alistair töten, oder? fragte Jasper. Automotones ist in dieses Haus eingebrochen, fistelte die alte Frau. Er wollte wissen, wo ihr seid, nicht Alistair, ihr vier. Sie fixierte Aaron. Lauf schnell weg, Makal. Aaron war kreidebleich vor Schock. Ich soll vor dem Magisterium weglaufen? Nicht vor dem Feind? Sie verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. Dem Feind des Todes kannst du nicht davonrennen, Aaron Stewart? sagte sie. Und obwohl sie eigentlich mit Aaron sprach, waren ihre Augen auf Kel gerichtet. Er starrte zurück. Doch dann brach ihr Blick. Achtung! kreischte Tamara. Das Ungeheuer aus Metall sprang durch die niedergerissene Mauer ins Haus. Es war zu einem Riesen angewachsen. Mit seinen flachen, Gullideckelgroßen Händen schlug es stetig nach oben und zerfetzte die Zimmerdecken, bis ein Loch in der oberen Etage ihm erlaubte, aufrecht zu gehen. Kel schrie auf, fiel auf die Seite und wäre beinahe von einer Kommode getroffen worden. Aus den herausfallenden Schubladen fielen Kleidungsstücke. Auf einmal loderte eine Feuerwand auf, verbrannte den Boden und entzündete die Überreste der Decke. Jasper kontrollierte das Feuer mit erkennbarer Anstrengung, während Automotones brüllte und nach ihm schnappte. Lauf! sagte Jasper zu Kel. Mach schon! Ich komme nach! Kel hatte ein schlechtes Gewissen, weil er ihn als Feigling beschimpft hatte. Nachdem er sich vom Boden gewuchtet hatte, taumelte er in den hinteren Teil des Hauses. Aaron und Tamara waren dicht hinter ihm. Tamara hatte eine Feuerkugel heraufbeschworen, die auf ihrer Handfläche leuchtete. Mit fliegenden Zöpfen sah sie sich nach Jasper um. Komm her, Jasper! rief Aaron. Jetzt! Jasper ließ die Feuerwand sausen und lief zu ihnen, dicht gefolgt von dem Metall-Elementarier. Als Jasper mit Kel auf den Rasen hinausschwankte, warf Tamara dem Monster ihre Feuerkugel ins Maul. Der Zauber mit der Feuerwand hatte Jasper sichtlich erschöpft und er brach schon nach wenigen Schritten im Gras zusammen. Kel ging zu ihm, ohne zu wissen, was er tun sollte. Auf keinen Fall konnte er Jasper tragen und mit ihm fortrennen. Er kam schon ohne zusätzliches Gewicht auf seinen Schultern kaum voran. Tamara und Aaron rannten über den Rasen. Hinter ihnen tobte Automotones, der sich aufbäumte und mit den Metallarmen wedelte, während die Flammen um ihn zuckten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017